Ich hab keine Muni! Ich hab ihn! Was ist das für Idioten? Was gedacht meine Überlebenskünstler und willkommen zurück zu einem weiteren H1Z1 Battle Royale Video. Leute in dem jetzigen Video werdet ihr auf jeden Fall zwangsgestörte Leute sehen, die das Spiel überhaupt nicht verstanden haben. Und in diesem Sinne, let's go! Das war eigentlich ein guter Lose hier. Ja, ich denke, er ist auch hinter uns. Vorsicht! Ich bin unterwegs! Hast du ihn? Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Wir haben eine AR. Mit einem Hellfire hier drin. Ja, das war's, Alter. Außer er hat getriggert wie ein Hund. Ja, wir haben ein Auto hier. Oh, hier liegt noch Pumpo bei mir drin. Ich hab's gekauft. Okay, dann nehm ich den jetzt. Okay, dann nehm ich den jetzt. Wo haben sie Auto? Holen sie mich ab? Ähm... Da hinten. Hast du die Kistung? Nein, das ist nicht da. Ich brauch aber auch noch Stuff, oder? O.M. Piron bei mir? Ich auch. Nice. Also liegt hier keine Weste, ey. Warte auf das. Einsteigen haben die auch nicht mehr so... Fingergewässig. Ja. Nicht so smooth, ja. Ja. Oh, genau. Links von uns 75. Ein bisschen näher. Ja, ich glaub. Ja. Oh, ich seh's nicht. Ja. Ja. Ich glaub, da war aber noch einer jetzt gleich über uns. Ich weiß. Shit, Alter. Absolut Tryhards. Ähm. Ah, ja. Willst du den großen Rucksack nehmen? Ich will. Hab ich. Hab ich. Ah, okay. Nimm, nimm das Socker, wenn du willst. Sicher? Ja, ja. Nimm, nimm, nimm. Dann guck ich, dass ich Dinge... Wir holen uns einfach noch einen Drop. Ja, bin ich voll dafür. Die sind in der Zone, ne? Bin auch raus. Diehst du die überhaupt? Ob du mir glaubst oder nicht, ich sehe keinen, gell? Ich glaub nicht. Aber den sind auch zu bringen. Nice. Oh Gott, ich hitte den, Alter. Der hat keine Weste mehr. Ich hab keinen Schuss mehr, Digga. Oh, nice. Ja, glaub ich, die gegeben. 90, das passt. Nice. Wir müssen doch hier drin sein, wir sind doch die zwei. Oh, Himmel. Von wo? Äh, ich würde schmackieren, aber das kann ich. Ja, genau. Ich sehe es, ich sehe es. Komm. Ich bin raus. Wir müssen aber schnell machen. Oh, wie klein die Zone. So, let's go, let's go, let's go. So, wir sind schon welche? Ja, ich hab's gesehen. Oh, shit. Ach du? Nein. Ich hab nix zum Werfen, ich hab gar nix, Alter. Ein oder zwei? Der guckt da raus. Der guckt da links raus. Jetzt sollen wir den einfach mal auf Krampf pushen. Der geht runter, der springt runter. Warum springt der runter? Weil der allein ist. Idiot. Ja, ist okay. Hier jetzt Treppe aufpassen. Unser Platz hier. Der ist denn so auseinandernehmen, Digga. Ist okay, Digga. Aber wir sind so safe in der Zone, Digga, wenn die keinen Luftschlag haben. Und die zwei hier unten, was machen sie? Ha! Ich hab grad nen Hit. Bei uns, bei uns, bei uns. Oh Gott, ey. Ich hab keine Muni. Was ist das für Idioten? Ich bin runtergefallen. Was für Spasten, Digga. Sowas hab ich in meinem Leben ja noch nicht gesehen. Na. Ich hab nen Luftschlag. Nein. Doch. Aber nicht schmeißen, Digga. Nein, nein, mach ich nicht. Außer die machen arg Welle, dann müssen sie sterben, Digga. Ja, okay, äh. Wir können chillen erstmal kurz. Ich habe alles. Ich muss kurz Pumpe nachladen. Hatten die noch irgendwas Wichtiges? Muni, aber ansonsten, äh, Waffen. Leider nichts wertvolles, wirklich. Muni hat vier eingedacht. Ja. Vorsicht. Ich glaub, Sniper auf 195. Okay. Alter, der f***t uns. Ne, wart mal ab. Ich hab keinen Mensch getroffen, Digga. Ach, f*** mein Leben. Alles ist gut. Gott, was sind das für Spasten im Laden hinter uns auf Norden. Ich hab nur noch neun Dinger leben mit meinem Helm. Ein bisschen bitter. Jetzt reißen. Die müssen da jetzt rausrennen, gell? Lustig. Kommt her. Einer down. Beide down, beide tot, beide tot. Hier rechts ist auch einer. Da kriegt einer bei uns. Hier unten sind welche. Einer down. Der kommt, der kommt zu uns hoch, glaub ich. Ich hab hier einen down. Hast du Granaten? Hab ich ja. Wohin? Hier. Da hinter die Mauer. So gegen die Wand und dann an die Mauer. Ja, das war schon hier. Nichts getroffen, Digga. Ich hab noch eine Granate. Noch Granaten. Ah, fuck. Noch Granaten. Ah, ja. Scheiße, nein. Den hab ich nicht, Digga. Der andere Typ ist direkt unter uns, gell? Müssen wir aufpassen. Okay, jetzt gleich kommt Zonen-Ende. Ja, ich hab den hier im Blick. Pass auf, dass keiner die Treppe hochkommt, Digga. Ja. Okay, der macht hier nicht lang. Einer down. Acht noch. Bleib hier liegen, Digga. Leg hier. Die Zone kommt, die Zone kommt. Ich hoffe nicht, bleibt die Garten stehen. Nein, bleibt sie nicht, Digga. Hab ich, hab ich, hab ich. Hinter dir. Habe ich. Ist down. Oh, vor links, vor links, vor links. Aus der Zone. Habe ich. Ja, jetzt, keine Ahnung. Die sind in der Zone, glaube ich. Ja. Ich komm da, da. Digga, die sind einfach umgekippt. Die sind beide einfach gleichzeitig umgekippt. Hammerspiel, elf Kills, also. Oh mein Gott. Verschlossene Kiste und Victory Kiste. Doch, wir kriegen wieder Kisten. Nice, Alter. Wir wären dann wieder am Ende von diesem Video. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Zwangsgestört den Daumen kaputt schlagen. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.